In der britischen Armee wird eine Einheit gegründet, in der jüdische Männer aus Palästina und England kämpfen. Der an Brambauer geborene Herbert Haberberg meldet sich freiwillig zum Kampf gegen die Deutschen. Ein paar Wochen später war ich in Italien und wurde dann in ein Regiment eingewiesen, das gegen die Deutschen kämpften. Ich erwartete nicht zurückzukommen, möchte ich betonen. Es war mir auch egal. Meine Absicht war, ehrlich gesagt, viele Deutsche zu eliminieren, als ich konnte. Es war Rache. Es war reine Rache für mich.